In dieser Short News möchte ich nur schnell auf die nächste Maxis Monthly Show eingehen, die scheinbar auch eine größere Überraschung bereithält. Wie SimGuruFrost auf Twitter geteilt hat, wird es auch in diesem Monat wieder eine neue Maxis Monthly Show geben, die dieses Mal von SimGuruNinja und SimGuruFrost moderiert wird. Auch ein paar Themen der Sendung, wie die zweite Abstimmung des Community Accessoire Packs oder Updates für die Sims Mobile sowie Sims Freeplay wurden geteilt. Das spannendste Thema aber, scheinbar wollen die Entwickler die, Zitat, letzte große Ankündigung für die Sims in 2019 teilen. Was genaues damit auf sich hat, ist derzeit aber noch unklar. Alles könnt ihr am Montag, den 16. Dezember um 20 Uhr live auf Twitch mitverfolgen. Ich werde aber ebenfalls nochmal eine Zusammenfassung des Livestreams mit euch teilen. Den Link zum Twitch-Stream der Entwickler findet ihr ebenfalls nochmal in der Beschreibung. Was wären eure Spekulationen für die erwähnte Ankündigung? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.